Willkommen in der Bilingual Business School IBC-Herzendorf. Willkommen im Comerciuske College at IBC. Kommen Sie nach der Matura zu uns und absolvieren Sie in vier Semestern die kaufmännische Diplom-Prüfung. IBC-Herzendorf, die Handelsschule, Hochgeldnis. In der Handelsschule sind wir cool. Cool bedeutet kooperatives, offenes Lernen, wo wir unsere Arbeitsaufträge selbst bearbeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen zu der heutigen Debatte. Das Thema ist, soll die EU Mitgliedstaaten aus der Union ausschließen dürfen? Ich, der erste Redner der Regierung, werde gleich anfangen. Und wir sind der Meinung, dass die EU eindeutig Mitgliedstaaten ausschließen soll dürfen. Ich bin die erste Rednerin der Opposition und wir sind klar gegen das Ausschließen von Mitgliedstaaten. Nämlich, was ist eine Union? Eine Union ist eine Gemeinschaft von Personen, beziehungsweise in diesem Fall von Ländern, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Gemeinschaft und einer Gemeinschaft gilt Zusammenhalt. Die EU ist eine nach dem Zweiten Weltkrieg erschaffene Union, die für die Stabilisierung der Wirtschaft und des Friedens sorgt. Doch leider gibt es viele EU-Mitglieder heutzutage, die nicht ganz den Regeln, beziehungsweise den Regulationen der EU folgen. Wir sind dafür, dass die EU innerhalb Mitgliedstaaten ausschließen darf, aber es braucht Kriterien. Denn man muss die EU anders betrachten als nur eine Organisation oder eine Behörde, die in Brüssel sitzt. Denn sie ist mehr als dies. Sie ist ein Friedensprojekt, das in dem letzten Jahrhundert es geschafft hat, aus einem Europa, einem Kontinent, der durch zwei Weltkriege erschüttert wurde, wo nationale Interessen zu Kriegshandlungen geführt haben, die alle noch viel stärker zu einer Einigkeit zu führen. What is the average amount of beer a Belgian person drinks in one year in Litres? In one year. Okay, let's assume that he or she drinks one liter per day on the weekend, and we have 52 weekends in a year. So about 105. Okay, it's a Belgium, so 110-ish, 110. So the right answer is 150 Litres per year, per person. That's a lot. Yes. Da soziale Arbeit in unserer Schule zu Selbstverständlichem gehört, veranstalteten wir das Nepal-Projekt. Bei diesem Projekt sammelten wir Spenden für Lehrmaterialien, Lehrerausbildung und in Nepal. Das passt sehr gut mit unserem Bekugelklassenkonzept, wo wir zur selbstständigen Arbeit gefördert werden. Für unser Nepal-Projekt haben wir viele Buffets organisiert, die insgesamt einen Betrag von über 1.000 Euro gebracht haben. Das Projekt führte das IBC Erzendorf mit vier anderen Handelsakademien durch. Insgesamt wurden ca. 5.000 Euro eingesammelt. Bienvenidos in der Abendschule des IBC. Entweder im Colleg oder in der Handelsakademie können Sie berufsbegleitend in einigen Semestern zur Reife- und Diplomprüfung antreten oder in der Hälfte der Zeit auch die Handelsschulabschlussprüfung absolvieren. I1, Pili Ganeva, IBC Eckerte. Herzlich willkommen im Aufbaulehrgang des IBC. Im Aufbaulehrgang haben Sie die Chance dazu, nach Ihrer Abschlussprüfung in der Handelsschule in drei Jahren Ihre Reife- und Diplomprüfung abzulegen. Herzlich willkommen im International Business College Erzendorf.